Diese Dinger war ein bisschen kritisch. Und wo bist du gerade? Wir sind jetzt in den Song zum Whispers Flat in Bremen und ja, es ist schon super und ich habe eine Milketafel gekriegt, das ist absolut mäßig. Naja, und gestern war mal in Kroningen, in Holland und jetzt geht es los in Deutschland für die nächsten 18 Tage und ich freue mich schon richtig drauf natürlich. Ja, eine Tonart ist C. 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 Ja, eine Tonart ist C.